Yo Freunde, wir kommen heute zu Part 2 von meinem Opening. Gate to the Games, Doreen hat mir ja wieder ein schönes Paket geschickt, wofür auf jeden Fall nochmal ein dicker lecker Kurs rausgeht und checkt auf jeden Fall Gate to the Games aus. Link ist in der Videobeschreibung, wie immer. Und ja, mit dem Code GermanDBZ bekommt ihr auf euren Einkauf auch noch 5% Rabatt. Gate to the Games hat halt nicht nur Dragon Ball Stuff, sondern auch Yu-Gi-Oh, Pokemon, Magic und vielen anderen Stuff. Ihr findet alles, was ihr sucht, wenn es um Karten geht. Da seid ihr bei Gate to the Games auf jeden Fall richtig. So, 5 Packs haben wir für heute. Wir werden 5 Packs öffnen. Und wir wollen eine Destruction Rare. Das ist nämlich ein Pack, wo es eine neue Rarität gibt. Destruction Rare. Und 2 Secret Rares. So, Pack Nr. 1. Wir starten mit einem Pack, wo Broly drauf ist. Komm. Wenn Doreen gönnt, gönnt sie richtig. Komm, wir kriegen heute eine Destruction Rare. Wir starten mit Super Saiyan 3 und Goku. Angela. Bonds of Friendship, Son Goku. Boah, die sieht nice aus. Bonds. Coole Liederkarte. Coole Liederkarte. Son Goan. Vegeta. Son Goku Spirit Forger. Mr. Satan. Beedle. Trunks. Trunks. Dawn of Evil. Godstrike Beerus. Und... Bobili. Eine Rare. Erstes Pack eine Rare. Okay. Kommt natürlich in Folien. Das ist eine Holo. Meine Folien ja schön vorbereitet hier. Zweites Pack. Komm. Ich möchte einmal eine Secret Rare oder halt jetzt hier eine Destruction Rare. Bitte, 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 bitte. Komm schon, Vegeta. Sei gnädig. Oder gib mir ein God Pack. Das wäre auch wieder cool. So, komm. Wir haben... Broly Berserker Origins. Gulen Freezer. Berry Blue. Tees. Keine Ahnung. Gokul. Super Saiyan Gods Son Goku. Is that all you've got? Loyal Kikono. Evil Machin Buu. Super Saiyan Son Goku. Gazion Air. Und... Bojack. Eine SR. Natürlich jetzt nicht eine SR, die ich unbedingt haben wollte, so. Aber eine Super Rare. Nehmen wir mit. Oh, ich stehe hier gerade so gekrümmt, sag ich euch. Anstrengend. Ich habe mein Setup heute ein bisschen anders gemacht als sonst. Normalerweise sitze ich. Heute stehe ich. Aber ich habe es ja nicht geschafft. So, die Karten beiseite. Noch drei Packs. Den Blue Gool Gator hämmer uns auf. Wir machen jetzt mit. Bojack Wett. Bitte komm. Führ uns zum Glück, Bojack. Sei einmal nützlich. Ich mag dich nämlich sonst nicht. Komm, sei einmal nützlich. Komm, 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 komm. Wir starten mit dem Krillin. Krillin. Majin Buu Ability Absorber. Gokua. Vegeta. Beats. Super Saiyan God Vegeta. Bulma. Majin Buu. Rolli. Full Power Kamehameha. Oh, das war schon letzte Karte. Aber es ist ein neuer Broly. Broly Power Unleashed. Eine Rare. Da war ich jetzt ein bisschen schnell. Kann mir mal passieren. Komm schon. Gill uns. Richtig seltene. Das wäre cool. So, wir haben jetzt noch zwei Packs. Einmal einen Broly Full Power. Und einmal Blue Gojita. Komm. Jetzt aber. Jetzt aber. Komm. Mach nicht Auge. Bandai hasst mich immer. Ihr wisst ja Bescheid. So. Vegeta. Aber da ich das ja gesponsert bekommen habe, beschwere ich mich auch nicht. Okay, Leute? Alles cool. Ante Power Super Saiyan 2 Gohan. Wings. Son Goten. Piccolo. Android 8. A Kind Wish. Oh, mein Rücken. Ich stehe so krumm. Veku. Found of Spirit. Riss. Und. Booten. Und. Booten. Ah, eine Rear. Schade. Oh, mein. Das letzte Pack kann uns noch retten. Ich muss mir irgendwann mal wieder ein komplettes Display holen. Weil da ist mindestens eine SPR drin. Eine Special Rare. Und kann halt auch Secret Rare haben und so. Ich habe bis jetzt nie so wirklich Glück gehabt. Ich habe zwar viele SRs bekommen. Ich habe so viele Packs geöffnet. Aber es war noch keine Secret Rare, Alter. Es ist. Impossible, Alter. Komm, letztes Pack. Komm schon. Komm. Blu Gugeta. Du bringst uns jetzt Glück. Komm. Bring Back Boo. Super Shlendon. Krillin. Dann haben wir... Goku, Goku. Eita-Aid. New Model Scouter. Bubu Volleyball, Super Saiyan 3 Gotenks Zayun The Lawyer Tenshinhan Und Oh, nee, da kommt noch einer Das ist Vegito World's Strongest Candy Und Der Lord Slug, Agent of Destruction Was ist ein D-L? Das ist Destruction hier! Ja! Ah, ich bin so dumm! Ja! Null! D-L? Ich überlege noch, das ist doch Destruction hier! Das ist eine von Fünf! Uuuuh! Nice, Alter! Oh, ich bin so dumm, ich hab's nicht gerafft! Was ist D-L? Ja, was ist es wohl? Destruction hier! Nice! Haha! Yeah, boy! Direkt in Foria und den Vegito auch in Foria! Nice! Oha! Wenn das jetzt ein Brody oder so gewesen wäre, ne? Holy shit! Hier nochmal! D-R Destruction Rear! Oh, ja! Danke, Doreen! Korrekt, Alter! Holy shit! D-R Destruction Rear, Mann! Uff! So! Was haben wir jetzt aus den fünf Packs bekommen? Wir haben... Wir haben... ...Vigito als Candy! Wir haben Bojack als SR! Wir haben Babidi als Air! Wir haben... ...S... ...S... ...Speedy Partner Lemmo als... ...Rare! ...Wir haben Broly als Rare! Und wir haben ne... ...Fucking Destruction Rare! ...YES! Ja! Yippie! So! Oh! Mein Rücken wird sich jetzt bedanken! Das Video ist ja jetzt quasi vorbei! Ich bedanke mich nochmal ganz, 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 ganz doll bei Gatorble Games! Und speziell bei Doreen! Vielen, vielen Dank für das super tolle Paket! Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür! Und ich hoffe, dass du in den... ...Wenn wir geschrieben haben, gemerkt haben, dass ich nicht darauf aus bin, nur irgendwas umsonst zu kriegen, sondern... ...ich natürlich auch hoffe, dass ich... ...auch ein bisschen Werbung für euch mache! Und... Liebe, geht auf jeden Fall ganz doll raus! Schreibt... ...Hashtag Ehren-Doreen in den Chat! Und... ...ich wünsche euch allen einen super schönen Tag! Lasst ihn baumeln! Ich gebe euch einen fetten Kuss auf die Nuss! Ich habe einen fucking Destruction mehr gezogen! Ich gebe euch allen heute etwas Liebe! Ich bin raus! Bis zum nächsten Stream, bis zum nächsten Video! Tschüss! Tschüss!